Hallo meine Freunde, jetzt sind auch wieder hier mit Pokémon und was macht Pikachu da und Pikachu hängt in der Türe, coole Sache, ne Pikachu gezogen, ok wir wollen weitermachen mit Pokémon da, ok ach ja war ich gar nicht gezeigt, meine Pokémon sind jetzt auf Level 16 bzw. Level 17, ja Glumanda habe ich jetzt nicht weiterentwickelt, 12, hätte sie sich auf Level 16, weiterentwickelt, aber ich habe einfach mal aus Versehen die Aufnahme abgebrochen, äh Quatsch, ähm, ich mach mal kurz die Musik entgegen, leise, so, besser, ähm, Tausch, Manki, so, auf geht's, und blablabla, kämpft gegen mich, oh nix, Manki, Karatschlag, Wurms, was zur Hölle, Ach Karatestrike ist eine normale Attacken, Wurms, Wurms, tschüss, Manderer besiegt, also, Moment, du hast einen Fleck, Mann, ich glaube es gibt sogar einen Cheat hier, also so einen kleinen Trick, wie man sich Mühe holen kann, aber da das nicht komplett ausländisch kenne, besiege ich den jetzt, denk halt irgendwie dazu, deswegen sollte man den nicht besiegen, aber, pfff, brauch ich nicht, na komm, Nein, 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 будем examen, nicht gut, Wurms, na toll, Nein, wegen ich wollte ich nicht kämpfen, Fuck, Vorspulen, Oh mein Gott! Steuern ist bei den hohen Geschwindigkeiten irgendwie schwierig. Na komm, kämpf gegen mich Lalalalalala Gero möchte kämpfen und Gero setzt Nidoran ein Los Commander! Äh, Glutattacke Na komm Yay Mach's fertig, Glut 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 Oh je Gewonnen Hm Strenke dabei, ja Na, und los geht's Summen weiter Weiter, weiter, weiter Hm, Kleinstein Nicht gut, Pokémon Mengeetausch Ja, macht immer einen, iklar Fußgick, Wurms Fußgick Wurms Ja, nochmal erreicht Level 16 Äh, 17 Nicht 16 Wurms Wurms Ja, ich möchte wechseln Habitark Geil Wurms 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 entwickelt sich na gut exo aber unser erstes auf der nächsten entwicklungsstufe so und jetzt gibt es hier natürlich ein trick den kennt wahrscheinlich jeder normalerweise kommt man dieses item da oben erst ran wenn man zerschneider hat aber wenn man von unten an die kran läuft geht ja weit genug nach vorne dass wir da rein können wobei man sich ich weiß gar nicht kann man sich hin und immer ne kann man nicht das spiel kann man da nicht crashen lassen also sich eine situation schaffen in der man sich eingesperrt hat meine ich zumindest weil die position der trainer wird gespeichert wo die sich stehen team 19 was ist das eigentlich ich muss sich das jetzt wirklich nicht belohnt das zu machen muss man aktiviert enthält geowulf nein will ich nicht die pikachu das hat sich selbst angehört ok den typ rum lassen wir weg die bruse hat habe ich nur ab da also ich bin kurz mal schnell ganz schnell hier durch gekriegt zum falls es ihn interessiert erst übermorgen werden die essen von pokémon hochgeladen ich bin trotzdem am spiel leben blöder was heißt wie blöder ich bin nein ich möchte ja nicht wechseln zum 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 Yaaay Ja, aber Bill, komm, fütz mich da rein Hm? Was ist das? Hm Hallo, ich bin ein Pokémon, Spaß beiseite Ich bin keines, nimm mich einfach will Ich bin, äh, oder glaub mir Blah, ja, Experimenten, Skript Ja Hä? Das find ich echt richtig cool gemacht So, mit da rein, C setzen Na HaaAaAaAa Das ist Bill, bro Hast du lange gekommen Bli, hast du Jaaa, ich hab ihn ja auch so sehr nochmal angesprochen. Hm? Komm mit. Okay, äh, wir holen uns kurz noch die ein. Träger im Pokédex. Will's Pokémon ist der? Flammer. Den haben wir schon. Flammer. Blitzer. So. So, und wieder zurück. So, jetzt können wir die Arena machen. Zoom. Mit Lichtgeschwindigkeit eben kurz mal zurückdüsen. Hör mal kurz die Pokémon heilen. Lalalalalalalalalala. Komm, jetzt wird voll Brams. So, ähm, Pokémon. Ja gut, Texo bringt da drin gar nichts. Komm, kämpf gegen mich. Wazuuu. Tomaschark. Tomaschark. Wumms. Wumms. Nein, ich möchte nicht wechseln. Hier ist alles sowieso nur... äh, Futter für Pikachu. Aber jetzt nimmt man die noch mit. Und dann gehe ich mich nochmal kurz heilen. Und dann machen wir Misty. Wuhu. Goldini. Level 19. Wumms. Wumms. Komm, Level 18, bitte. Danke. Oh, das war's mit der Fortführendern. So, jetzt können wir uns noch mal heilen. So. Wohoo. Oh, komm. Yay. Nein, ich mög... Nein. Okay, jetzt zweimal geheilt. Bringt vielleicht was. So. Ähm, ja. Auf in den epischen Kampf. Hey, du wirst neu sein. Welche Pokémon-Taggege setzt du ein? Wie gehst du vor? Meine Devise ist ein offensiver Einsatz von Wasser-Pokémon. Meine Gastgeberin ist Misty, die berühmte Schönheit. Bist du bereits süßer? Ja. Jetzt gar nicht hat er sich hier in anderen... Nee, sie sieht aus wie in der Serie. Wohoo. Misty möchte kämpfen. Misty sitzt. Stern, du ein. Ding, 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 los. Peca-ha! Pikachu! Donnershock-Attacke! Bohoho. Yay. Donnershock. Das ist mein Mikro eigentlich gut an, sonst wird die ganze Kacke gerade keinen Sinn machen. Äh, man, ich möchte nicht wechseln. Äh, ja, Mikro ist dran, wuhu. Und... Wow, das war schon ein Volltreffer. Was zur Hölle. Woops. Ich könnte jetzt Pikachu opfern, aber nein. Versuchen wir mal. Äh, du bist ja auch kurz mal das Opfer-Pokko. Wo bist du, Lutex? Verarschen. Jetzt setzt du X-Affern. Oh, ich hab noch einen Trank. Hehe. Ah, füllt gut auf. Na, Gott, na, aber tschüss, Lutex-O. Was zur Hölle. Ich frage, ist die Lutex-O schneller? Nein, natürlich nicht. Blub-Strahl-Blamms. Lutex-O wurde besiegt. Äh, erstmal Habitag. Habitag! Lutex-O-Blamms. Okay, ähm, Brulienschlag. Okay, ähm, Brulienschlag. Okay, ähm, Brulienschlag. Ja, na, du gießt mir auch nen Keks. Eins. Zwei. Ich im Ernst. Na komm. Eins. Zwei. Was zur Hölle. Was zur Hölle. Nochmal, Herdner. Eins. Zwei. Was zum... Ja, du verteidigst dich gut. Eins. Zwei. Zwei. Und drei. Vier sogar. Yay. Slami wurde besiegt. Quatschur als LP. Habitag als LP. Misty wurde besiegt. Wow, du bist sehr gut. Das klar. Ich überlasse dir den Quell-Anhorn als Zeichen seines Triumphs. Ja, halt ein Geld. Wuhu. Er kann alles aller Pokémon bis Level 30 deinem Befehl gehorchen. Sie war so ein... Ja. Ja, klar. Ja, können zerschnallen und die jetzt halt einsetzen. Ja, zerschnallen kriegen wir hier noch gar nicht, ey. Wir haben hier... Blubstrahl. Wuhu. Ja, das ist Blubstrahl. Was auch wollen. Können Sie die Attacke lernen. Ja. Sie hat sich umgeregt. Nein, sie dreht sich jetzt im Kreis. Wuhu. Okay. Ähm. Ich halt mich mal kurz. Warte. 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 Und jetzt. Ah, ich hab sie schon wieder angesprochen. Kann ich mir jetzt? Äh. Ja, ich kann mich auch. Juhu. Wir haben... Ich muss das mal kurz draus mal wieder. Ein dieser Sammler will 10. Super. Mh. Mh. Ja, hey. Damit ist das Team ja fast voll. Damit ist das Team ja fast voll. Damit ist das Team ja fast voll. Ich schuhe mal da hin. Ja. Ja. Ach, wie soll ich das jetzt am besten trainieren? Ja, Peter, da funktioniert hier noch ganz anders. Total krank funktioniert er hier. Ja. Der funktioniert hier noch so, dass alle Pokémon an Monsterkriegen. Ja, bla. Ja, jetzt renne er noch auf der Schottflug. Oh mein Gott. Nein. Komm. Hey, du draus blablablabla. Kämpfen. Braaaaa. Wiese Sache, an... Zu schwach Abitag What the fuck? Schnabel! Schnabel! Ja... Wir sind zusammen! Blutexo Blut Blut Komm! Brenne! Brenne! Wuhu! Kann ich ein bisschen nachziehen Ja, hier, hier, Temp! Ja, du gibst uns das Temp zurück, wuhu! Ich find's sehr seltsam, man kann das noch nicht mit dem Typenzug geben, wenn man's... ... wenn man's selbst noch mal wollte, so... ... kann ich jetzt auf jeden Fall blarrr Ich könnte jetzt auch kurz unterbrechen und irgendwas mal hochpushen, das würde nicht lange dauern... Oh, hab ich jetzt keinen Bock drauf! Zzzzzzzzzz Ah, da haben wir die...